Sie schließt alle Angehörigen. Mit ihnen trauern seine Freunde, seine Mitarbeiter, seine politischen Weggefährten. Mit ihnen trauern alle Berliner. Man hat sich sein Leben lang für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt. Beruf und Berufung machten ihn zum Freunde und Fürsprecher all derer, die nach ihrem Recht suchen. Gerade deshalb ist sein Tod so widersinnig. Jetzt hat er zur Konfusion als zur Klarheit beigetragen. Niemand sage, es sei nicht seines Amtes, für diese Rechtsordnung zu kämpfen. Er sei hierfür zu schwach oder zu unbedeutend. Vielen Dank.